Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich habe mal das ganze Tutorial übersprungen und ihr seht es schon, wir spielen jetzt Pokémon Masters und wir beginnen unser erstes Abenteuer. Ihr könnt mir ja reinschreiben, wie es läuft. Ich habe noch Pikachu und wir machen mal die Hauptgeschichte. Und wenn es euch gefällt, natürlich gerne ein Like da lassen. Gerne kommentieren, spielt ihr das auch und wir spielen Kapitel 1. Ich habe noch nicht so viel Auswahl und eine Begegnung in der Stadt. Und das machen wir erstmal. Ich habe erst Rocco, Misty und so freigeschaltet. Ich weiß noch nicht, wie lange ich immer eine Folge mache. Wir müssen mal gucken, wie lange das geht und los geht's. Wir müssen ja erstmal, glaube ich, kämpfen. Das hier ist Central City, die größte Stadt der künstlichen Insel Passau. Ich habe keine Ahnung. Es gibt da einen Gefährtengespann, mit dem wir uns sicher super verstehen würden. Suchen wir es doch. Ja, machen wir doch. Ach, du meinst dieses Mädchen aus Einall, oder? Hm. Also, sie hat sich doch vorhin auf dem Platz da hinten herumgetrieben. Genau, das ist mein Pikachu. Misty, Rocco haben Stami und Onix. Hey, hört sofort auf damit, jemanden zu einem Kampf zu zwingen, der es gar nicht möchte. Verstößt gegen die Regeln. Nanu, da drüben scheint ja was los zu sein. Klingt, als gäbe es dort Streit. Ob alles in Ordnung ist? Lasst uns mal nachschauen. Also, ihr könnt doch mal gerne reinschreiben, wie ihr das hier findet. Und so. Oh, Cynthia. Entschuldige bitte, aber ich kann momentan nicht zum Kampf antreten. Ich will meine Pokémon nicht überanstrengen. Da habt ihr gehört, wenn ihr also unbedingt einen Kampf wollt, warum kommt ihr nicht einfach an einen anderen Tag nochmal? Quatsch. Ihr nicht. Äh, was? Quatsch. Hier nicht. Dumm rum. Ach, quatscht hier nicht dumm rum. Wir wollen unseren Kampf gegen Shem Cynthia hier und jetzt. Diese Chance lassen wir uns doch nicht einfach so durch die Lappen gehen. Jetzt zier dich nicht und kämpf gegen uns. Hey, ihr da, macht mal halblang. Merkt ihr nicht, dass ihr die beiden belästigt? Ich glaube, es wird sehr viel Text sein. Oh, Rocco und Misty. Äh, wie heißt sie denn? Hey, Rocco. Sieht aus, als würdet ihr in einer ziemlich blöden Situation stecken. Überlasst das nur uns. Was seid ihr denn für Nulpen? Ihr wollt euch mit uns anlegen? Pa, aber sicher doch. Wir treten euch in die Tonne. Klar? Geschafft. Was geschafft? Wow. Wir haben noch nicht mal was gemacht und haben schon was erhalten. Ach so, ja. Wenn es hier so läuft und ich meine, es ist ja ziemlich neu, das Spiel. Ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen, aber wir machen erst mal Kampf in einer Stadt. Jetzt können wir ja nicht kämpfen. Genau. Los geht's. Es wird nochmal erklärt, wie das funktioniert. Und wir schauen mal. Wie gesagt, es ist mein erster Kampf. Ich weiß nicht, wie es läuft. Punkerin. Hä? Lebt ihr etwa hinter dem Mond? Ihr müsst das doch wissen. Wenn sich die Blicke zweier Trainer treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Gegen wen wir kämpfen, entscheiden wir selbst. Kommt ihr uns? Also blöd, machen wir euch fertig. Genau. Ich habe nur die Soundeffekte und so an. Ton nervt mich. Ihr könnt aber gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob wir das machen sollen oder nicht. Mit dem, die Musik spielen lassen. Hintergrund, ob ihr das gut findet oder nicht, müsst ihr mir mal sagen. Mal gucken, was wir haben. Ja, okay. So, jetzt kann ich machen. Beim Kämpfen, drei Trainer gegen drei. Ja, das ist klar. Okay. Also, ich kann zum Beispiel mit Pikachu Sonnershock auch. Äh. Okay. Alles klar. Das ist. Ja, und jetzt kann ich. Okay. Aha. Aber die Wiesel greift immer nur die Wiesel. Ah, okay. Und jetzt. Gucken wir mal, okay. Das geht noch nicht so. Das geht irgendwie nicht der Reihe, oder? Das muss ich machen. Ach so, ich muss immer. Ah, okay. Ja, ich muss immer drücken, okay. Ich, ich, wie gesagt, das ist mein erstes Mal. Das ist mir ein bisschen schwierig. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Team besiegt. Ich muss erst mal kapieren, wie es funktioniert. Deswegen. Gewonnen. Wird es ein bisschen kurios. Aber es ist die erste Folge. Wir lernen noch. Okay. Alles klar. Wir haben es geschafft. Ihr hattet doch nur Glück, dass unsere Pokémon sich nicht ganz grün waren. Und das ist die Chance auf einen Kampf mit einem Schem. Die lassen wir uns nicht so einfach entgehen. Und jetzt müssen wir gegen den anderen kämpfen, oder? Sieht das so aus? Jetzt kommt der ran, okay? Kampf. Was stellt ihr euch eigentlich so an? Wir wollen doch bloß gegen den Schem kämpfen. Ihr taugt nicht mal zum Aufwärmtraining. Na wartet euch, machen wir fertig. Können wir auch wieder geheilt werden? Ich habe keine Ahnung. Also, sind wir jetzt angeschlagen oder nicht? Schauen wir mal, wie es läuft. Ah, okay. Ich kann aber nicht entscheiden, wie ein Angreif, oder? Jedes Gefährten hat eine Typenschwäche, okay. Okay. Ja, okay. Das ist ja klar. Gut gemacht. Das ist jetzt mal so plural. Es ist schon mal besucht. Und jetzt können wir... Rocco... Gut. Und jetzt kannst du Steinwurf auf den machen. Und dann ist auch sehr gut. Super, wunderbar. Und dann macht Pikachu leider Donnerstag, was nicht so gut ist. Hallo? Achso, er hat das nicht aufgeladen. Ja, ja, alles klar. Besiegt. Und Plansch nicht besiegt. Okay, es ist noch ein bisschen schwierig, manchen das nicht zu kononieren, weil ich es noch nicht gespielt habe. Aber wir haben es geschafft. Wenn es härter wird, könnte es vielleicht gremzlich werden. Aber auf jeden Fall haben wir gewonnen. Das ist schon mal wunderbar. Genau. Mal gucken. Wir schauen mal, wie es weiter so geht hier in unserer Reise. Ah! Wegen euch ist uns diese einmalige Chance flöten gegangen. Geschafft. Okay. Alle kriegen ein Level. Erfahrungsspiel 16. Levelaufstieg. Ich will auf jeden Fall ein anderes Pokémon später Maus auf Pikachu. Aber das ist halt das erste Pokémon, das man kriegt. Rocco. Levelaufstieg. Misty. Levelaufstieg. Okay. Wir gucken noch, wie es weitergeht. Okay. Und dann sollten wir mal gucken, was wir noch so erkunden können. Ja, wir machen erstmal hier weiter. Cynthia und Rosie. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht, wie lange die schon eine Folge machen. Wie bitte haben wir uns echt von solchen Spinnern fertig machen lassen? Na wartet. Das werden wir nicht so leicht vergessen. Hm. Sehr seltsam. Sehr kurios. Und jetzt? Vielen Dank. Ihr habt uns echt aus der Klemme geholfen. Cynthia und ich haben nur ein bisschen geplaudert, als wir plötzlich so belagert wurden. Verstehe. Na, zum Glück ist ja nichts passiert. Das ist übrigens Rosie. Sie ist ein berühmter Trainer der Einall-Region. Okay. Kennt man dich? Genau. Ich bin Rosie. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Kenn ich dich? Wir hatten dich eigentlich gesucht, weil wir etwas mit dir besprechen wollten. Aber ich hatte nicht erwartet, dass selbst der Champ der Sinn-Region sich nach Pseo aufgemacht hat. Ich muss mal gucken, wie man das ausspricht. Sowas hast du von mir gehört? Das ehrt mich sehr. Ich bin Cynthia, aber das wusstet ihr ja anscheinend schon. Vielen Dank auch von mir, dass ihr uns eben aus der missliegenden Lage befreit habt. Und besonders dir. Dein Geschick im Kampf hat mich beeindruckt. Ich habe gespürt, wie viel Talent in dir steckt. Also wenn Trainer von solchen Kalibern vor Ort sind, werden die Kämpfe bei den WPM gleich viel interessanter. Wie dem auch sei, wenn wir uns mal wieder begegnen, sollten wir gegeneinander kämpfen. Okay. Au ja. Bis bald, Cynthia. Ciao, Cynthia. Und weg ist sie. War das nicht klasse? So ein fettes Lob von Cynthia höchstpersönlich. Dich einzustreichen. Ja, du hast wirklich vorangekämpft. Aber um darauf zurückzukommen, weshalb wir dich eigentlich gesucht haben, Rosi. Wir wollen an dem WPM teilnehmen und suchen deshalb noch mehr Freunde für unser Team, das ich gegründet habe. Also ich. Ah, so ist das also. Und da wart ihr also lieb und habt an mich gedacht, ja? Ey, diese Fresse von hier. Aber das ist nach dem anderen und, äh, aber eins nach dem anderen. Wichtigste zuerst, tragen wir einen Pokémon-Kampf aus. So, kann ich gegen dich ganz schnell besser kennenlernen. Okay. Geschafft. Muss ich jetzt gegen die Kämpfe. Man kriegt für nichts tun, kriegt man Erfahrungspunkte. Wow. Und wir treten gegen Rosi an. Sie hat ein schönes Team. Los geht's, okay? Änderungen unterwegs nicht möglich. Okay, wir können so ein Team leider nicht ändern. Das heißt, wenn wir einmal jemanden mitgenommen haben, haben wir sie mitgenommen. Das ist auch so gut zu wissen. Rosi fordert dich heraus. Okay, das ist schwierig. Ähm, wie gesagt, ich kenne nicht alle Trainer. Okay, wir gucken mal. Jetzt ist die Kugel vorbei. Wir können ja jetzt... Okay. Gefährten an den Mäschling an. Okay. Aber bisher ist es noch nicht so. Okay. Also, wir können jetzt hier... Gefährten-Countdown. Funktioniert noch nicht. Okay. Wir machen mal Donner-Shop auf Stativen. Und... Rockling macht Steinwurf. Wieso greift er das an? Das sollte doch nicht angegriffen werden. Och Mann, ich verstehe das noch nicht so ganz. Sehr effektiv. Okay. Und dann... Kannst du mal Glück frei machen. Und du machst Donner-Shop. Irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Ich muss nicht vorstellen. Der kann nix. Gefährten-Countdown bei 3. Wir können einmal gucken, wie es aussieht mit Trank. Heiß ich selber. Gesteinshof kann ich nicht einsetzen. Donner-Shop auf Rotom. Oh Gott, jetzt errastet das aber total aus. Das ist sehr pfoi. Pflanzen. Irgendwas. Dings, das kommt nicht mehr ganz los. Ai, 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 ai. Das ist heftig. Wir brauchen Trank. Kau, mach mal Trank. So, und jetzt hier Gesteinswurf. Ja, komm Rocco, mach dein... Anwalt nicht mit Power. Toll. Pikachu jetzt aber gut gemacht. So. Müssen wir nicht warten, oder wie sieht es mir das hier? Jetzt kann Pikachu an der Platte machen. Das sieht auch sehr episch aus. Pikachu. Donner ist auch groß. Pikachu. Und die Giftlohn ist eigentlich besiegt. Pikachu war eigentlich die Power. Das können wir machen. Und dann können wir hier Steinwurf drauf machen. Und dann das eine besiegen. Donner-Shop drauf. Und es muss eigentlich besiegt sein. Achso. Wie müssen wir die Gegner in der Attacke abwarten und dann machen wir an der Attacke? Es kann keiner was machen. Pikachu, mal Donner-Shop. Los. Besiegt? Ja. Und Donner-Shop. Ach komm, überlebt doch. Energieball, oh Gott. Pikachu darf nicht sterben. Steinwurf. Okay, es funktioniert noch nicht so. Ich weiß nicht wie, ob es eine Reihenfolge gibt oder nicht. Aber anscheinend ist man in der Erwarten, dass man aufgeladen ist und kann dann eingreifen. Oh Gott, jetzt ist das hier heftig. Eskalier halt komplett. Pflanzen, Gefährtenstraße. Oder was auch immer. Das hier kann ich gar nicht lösen. Der Freipalz. Ja, sehr fiktiv. Komm. Müsst du eigentlich jetzt im Besiegt sein. Ohne, es wurde besiegt. Oh Gott, es wird knapp. Pikachu, besiegt es. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Seppifoi wurde besiegt. Das war aber ein harter Kampf. Du besiegst Rosi. Gewonnen. Okay. Ja, es ist noch schwierig. Die Spannung. Wie gesagt, das ist mein erstes Match. Ich muss Erfahrung sammeln. Vielleicht habt ihr schon länger gespielt im Laufe des Tages und seid schon ein bisschen weiter. Aber gerne Tipps auch immer da lassen. Wenn sie nett gemeint sind, nehme ich sie auch dankend an. Genau. Und dann denke ich mir, wir machen noch einen Kampf für die erste Folge. Und dann gucken wir mal. Oder sind wir schon fertig? Das wäre natürlich schon optimal gelaufen. Schauen wir mal einfach mal rein. Herz im Einklang. Das können wir uns mal angucken. So. Ja, genau wie ich es erwartet hatte. Obwohl eigentlich bist du noch viel stärker als ich dachte. Ihr müsst also nicht mich fragen, sondern ich frage euch. Darf ich bitte eurem Team beitreten? Das würde uns freuen. Okay. Yippie. Ja, mon. Jetzt bin ich aber ganz schön aufgeregt. Ich strecke mich an, damit uns rosige Zeiten wir vorstellen. Boah, diese Witze sind so schlecht. Ach ja, es gibt ja jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Ich habe ihn hier auf Passio kennengelernt. Sein Name ist Barry. Keine schlechte Idee. Je mehr, desto lustiger, würde ich sagen. Oh, wo finden wir ihn? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, meinte er, dass er eine Weile am Strand bleiben wolle. Ich zeige euch den Weg dorthin. Na los, kommt schon. Zum Strand also. Okay, geschafft. Wow, dann können wir noch was machen. Nur ein bisschen Action an in der Folge. Oh, mein Irgendwas-Ding. Das ruft an. Mein Irgendwas-Ding. Rosi und Serpifoy. Okay. Ich weiß, aber ich habe den Namen vergessen. Die haben mir das vorgestellt am Anfang in dem Tutorial. Dass ich aber in dieser Folge übersprungen habe. Und wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Was kommt jetzt? Na schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Daisy. Professor Daisy, okay? Ich bin Professorin und forsche hier auf Passio zum Thema Gefährten. Du bist Niklas. Stimmt's? Hey, Rocco und Misty haben mir erzählt, dass sie mit einem vielversprechenden Trainer mit Kappe einem Team gegenüber gegründet haben. Hast du dich schon an die Kampfteam-Kampfteam-Teamkämpfe, achso, Teamkämpfe auf Passio gewöhnt? Ja, sie machen Spaß. Ja, sie machen Spaß. Großartig. Ich hoffe, du hast auch weiterhin viel Spaß hier. Die Kraft der Gefährten bringt großes, unbekanntes Potenzial in sich. Sobald ich ein paar neue Forschungsergebnisse präsentieren kann, lasse ich dich wissen. Oh, es ist schon so spät. Ich muss schnell ein paar Einkäufe erlegen und dann zurück an meine Forschungsarbeit. Im Laden gibt es übrigens viele Alte, die dir bei deinen Anteuren von Nützen sein können. Wie wäre es, wenn du dir die einmal anschaust, okay? Äh, hey, das muss ich dir wohl nicht extra sagen. Ich muss dann mal los. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück. Und ich glaube, wir können es im Pokémon-Center hier heilen, oder? Items, ja, wir kaufen es mal. Wir haben gerade wieder geöffnet. Willkommen. Schau vorbei, so oft du willst. Das ist Trixi. Okay, laden. Äh, okay. Gefährten-Suche. Okay. Gefährten-Suche. Machen wir einfach nochmal. Und jetzt, dieses schöne Teil hier, sucht nach Bianca. Muss ich da drauf drücken? Ja, ne? Ah, okay. Der hat mir gleich wieder was gehört. Ja, ja. Ein bisschen gekürt. Und jetzt geht es aber ab hier. Jetzt geht es aber ab hier. Oh Gott, was passiert hier? Bianca! Ich heiße Bianca und bin Arena-Walter. Ich bin nicht... Bin ich nicht zuckersüß? Verknall dich nicht zu sehr in mich, okay? Ähm, okay. Weiter. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Bianca und hier kann man auch was kaufen. Hier kannst du dein Team-Zusammenstellung ändern. Probier es doch gleich mal aus. Team. Team ändern, okay. Wir werfen... Hey. Wieso muss ich Misty rauswerfen? Wow, die geben es am Anfang noch vor. Okay, man kann es später wohl anscheinend nochmal ändern. Perfekt. Du hast erfolgreich dein Team zusammengestellt. Wenn sich dir neu gefällt, dann kannst du eine neue Zusammenstellung ausprobieren. Also dann, wir sehen uns wieder, wenn du mich als nächstes Mal brauchst. Okay. Und dann, wir sehen uns wieder.